Unser Anliegen sollte es immer sein, den Schwerpunkt auf das Geben und Dienen zu legen. Es ist eine spirituelle Übung der höchsten Ordnung. Es wird uns bewusst, dass wir einen inneren Ratgeber haben. Wir sind nicht alleine. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community auf YouTube. Ich küsse eure Zirbeldrüsen und euer Herz. Ich will mich wirklich nochmal bedanken bei euch. Habe ich schon länger nicht mehr getan. Für die schönen, lieben Kommentare, die ihr immer unten reinschreibt. Also ich glaube, in meiner ganzen Zeit in der Öffentlichkeit habe ich noch nie so viel Liebe bekommen wie aktuell. Das liegt zum einen, glaube ich, daran, weil ich halt mehr ich selbst bin denn je. Und wirklich mich nicht mehr interessiert, was irgendwer über mich denkt. Und versuche, so gut wie möglich meinem Herzen zu folgen. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es immer mehr Menschen gibt, die echte menschliche Menschen auch in der Öffentlichkeit sehen wollen. Und kein Fake-Scheiß. Und das bekommt ihr hier auf jeden Fall. Ich versuche immer so echt wie möglich zu sein und euch meine wahre Persönlichkeit zu zeigen. Und dafür wollte ich mich einmal bedanken. Danke für die schönen Kommentare. Ich liebe euch. Und wir gehen jetzt in ein neues Video rein. Interessantes Video, welches heißt. Unser Anliegen sollte es immer sein, den Schwerpunkt auf das Geben und Dienen zu legen. Das ist von dem Kanal Hörbuchwelt, der sehr gute Videos macht, beziehungsweise Hörbücher. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Checkt den Kanal mal aus und wir gehen da jetzt rein. Liebe geht raus. Daumen nach oben, Kommentarchen schreiben, Kanal abonnieren. Und los. Ich mag das. Das ist voll das wichtige Statement. Und das will ich auch wirklich den Leuten ans Herz legen. Weil du wirst automatisch merken, wie die Dinge dann sich erstens besser anfühlen und auch besser funktionieren. Wenn du den Fokus nicht darauf legst, dir Dinge anzueignen und so geiztechnisch für dich zu behalten und ja nicht irgendwie anderen helfen und ja nicht irgendwie so. Wenn du den Fokus darauf legst, weil ich glaube, als Menschen sind wir alle dazu gemacht, unseren Teil, den wir haben. Also jeder ist auch anders, jeder hat eine andere Bestimmung, jeder kann was anderes besser. Das zu teilen mit unseren Mitmenschen, so weißt du. Das, wo wir besonders sind, anderen zu schenken und anderen damit zu dienen und anderen, ja, was zu geben von dir, so weißt du. Das, das fühlt sich für alle Menschen am besten an und es gibt dir wahre Glückseligkeit, wenn du erstmal dich selbst findest, deine Berufung findest und dann das teilst mit anderen, dass die davon partizipieren können, so weißt du. Und das ist eine Sache, die ich schon immer machen wollte und wo ich schon immer das Gefühl hatte, ey, wir müssen uns gegenseitig helfen, wir müssen uns unterstützen, wir müssen jeder unsere Kräfte zusammenwürfeln und zusammenpacken und dann zusammen stärker sein, als wir alleine sind, so. Da wurde ich halt auch ganz schnell an meine Grenzen gebracht und da wurde mir ganz schnell gesagt, nee, wir sind nicht so, weil ich hab das noch richtig vor Augen, wie ich damals auch mein Ding gemacht hab und voll gerne mit Leuten kooperiert hätte, zusammengearbeitet hätte und so. Und die Leute mich einfach quasi bekämpft haben und gegen mich arbeiten wollten und ja, nicht mit mir irgendwie zusammen, weil, nee, das ist Konkurrenz und man, ich, ich, ich muss das, diesen Kuchen für mich haben und bla, 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 bla. Und das, das hat mich schon so traurig gemacht, dass die Menschen mittlerweile echt denken, dass, dass wir so am besten funktionieren, aber ich glaube, so funktionieren wir am besten nicht und vor allen Dingen werden wir so nicht glücklich. Der Erfolg, den ich befürworte, dreht sich nicht ums Geldverdienen. Er mag durchaus aus einer Form des Aufopferns für seine Mitmenschen bestehen. Doch unabhängig davon, wozu wir berufen sind, kommt der Macht der Gedanken und ihrer Kontrolle und Steuerung immer eine große Wichtigkeit zu. Ein junger Mann wird vielleicht trotz der Widerstände seiner Angehörigen Missionar, weil sein Denken fest auf dieses Ziel ausgerichtet ist. Scheinbar unüberwindliche Hindernisse meistert er, weil er sein Ziel klar vor Augen hat. Falls er geistig schwanken würde oder falls er seine Gedanken abschweifen ließe, wäre er solchen Herausforderungen nicht gewachsen. Es muss erwähnt werden, dass der Erfolg mit der Zeit zu unserem Sklaventreiber wird, sofern wir ihn mit Leib und Seele anstreben. Am Anfang stellt sich uns der Erfolg wie ein scheues und schwer zu fangendes Vögelchen dar. Er verlangt uns ein Opfer nach dem anderen ab, bis wir eines Tages feststellen, dass unser Leben mit mehr oder weniger großen Verantwortungen angefüllt ist, von denen wir uns nicht mehr freimachen können. Dann hat sich der Erfolg zu unserem Gebieter aufgeschwungen und wir sind sein Sklave geworden. Es ist an der Zeit, unsere materiellen Ziele zu beschränken. Unsere spirituellen Ziele brauchen wir jedoch nicht zu beschränken, denn sofern wir bei unserer Wahrheitssuche erfolgreich sind, kann uns nur Freude erwarten, wenn wir dann feststellen, dass der Erfolg nicht unser Gebieter und wir nicht zu seinem Sklaven geworden sind. Es ist nicht allgemein bekannt, dass die unabdingbare Voraussetzung für spirituelle Verwirklichung eine Gedankensteuerung, also das Ergebnis von Gedankenschulung ist. Nur wenn wir zu einem gewissen Maß an Gedankensteuerung in der Lage sind, können wir wirklich beten. Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf Gott und errichten dadurch eine Leiter, auf der unsere Gedanken höher klettern können. Gedankensteuerung ist somit eine Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Objekt und ein dortiges Verweilen. Solange unsere Aufmerksamkeit auf Gott ausgerichtet ist, werden unsere Gedanken auf der errichteten Leiterhöhe klettern. Das war voll geil beschrieben so. Es ist echt so. Also das ist eine Sache, die muss man lernen. Ich merke das auch. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so hektik kurz vorm Stream esse ich meistens noch eine Kleinigkeit und so. Und ich habe mir halt angewohnt, vor jeder Mahlzeit zu beten. Und mittlerweile, ich merke halt, wie ich erstmal drei tiefe Atemzüge mindestens brauche, um meine Gedanken wieder richtig auszurichten und wirklich einen Fokus zu haben auf die Sache, die ich jetzt gerade machen möchte. Und zwar dankbar zu sein, dass ich essen darf. Weil dieses konstante, das Leben alleine, das lenkt dich halt die ganze Zeit ab und bringt deine Gedanken nach rechts, links. Und du musst halt irgendwann selber die Kontrolle über deine Gedanken wieder zurückgewinnen. Und das machst du halt, indem du dich immer wieder zurückbringst und immer wieder in den Fokus reinbringst und dahin bringst, wo du gerade sein möchtest und dich davon nicht ablenken lässt. Und Gebet und Meditation ist das, was mir am meisten hilft bei diesen Sachen. Dieses Bewusstsein wieder zurück in die Mitte reinzuholen und wirklich da zu sein, hier zu sein und mich von meinen Gedanken nicht mehr treiben zu lassen, sondern selber der Kontrolleur meiner Gedanken bin quasi so. Weißt du? Und bei dem Thema mit Erfolg stimme ich ihm auch zu und das habe ich auch bei mir sofort gemerkt, als ich den ersten Erfolg hatte, wie das ganz schnell dazu kommt, dass der Erfolg so mehr oder weniger dein Sklavenhalter ist. Weil du anfängst, diesen Erfolg immer wieder zu jagen. Wenn du einmal Erfolg hattest, dann sind sehr viele Menschen bereit dazu, sehr viel zu tun, um diesen Erfolg beizubehalten, nie wieder zu verlieren oder wiederzubekommen. Das ist crazy. Aber was ich finde, ist, dass man Erfolg nicht immer so definieren sollte mit Geld und mit Status und mit diesen ganzen Sachen. Für mich ist auch Erfolg eine spirituelle, persönliche Weiterentwicklung so. Weil das darf man nicht vergessen, wenn du dich als Mensch jeden Tag weiterentwickelst und auf ein besseres Level kommst und ein besserer Du wirst am Ende des Tages so, dann hast du auch Erfolg, weil als bessere Version kannst du anderen Menschen ganz anders helfen und du hast damit auch Erfolg. Weißt du? Deine Herzlichkeit, deine Menschlichkeit ist auch für mich Erfolg. Es geht nicht nur um Geld, es geht nicht nur um Materialismus. Wer nur über eine geringe Aufmerksamkeitskraft verfügt und dessen Fähigkeiten zur gedanklichen Ausrichtung schwach ausgeprägt sind, sollte Gebete nachbeten. Das ist zwar nicht so gut wie selbst zu beten, aber für den Anfang ein Schritt in die richtige Richtung. Jemand, der seine Gebete abends und morgens aufsagt bzw. wiederholt, verfügt über ein Bindeglied zwischen sich und der höheren Macht, welches anderen Menschen, die diesen Versuch nie unternehmen, abgeht. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen heutzutage, dass man durch die Welt läuft, einfach aufsteht und nicht dankbar ist, nicht betet oder einfach isst und so und nicht betet oder meditiert oder irgendwie nicht mindestens einmal am Tag so in seine innere Ruhe, in seine Kraft, in sein Bewusstsein reinzukommen. Ich kann mir das nicht vorstellen, ich schwöre es dir. Die Ausrichtung der Aufmerksamkeit und der Gedanken auf Gott ist jedoch etwas ganz anderes und Größeres. Es ist eine spirituelle Übung der höchsten Ordnung. Allerdings ist es nicht leicht, solange unsere Gedanken nicht wirklich diszipliniert sind. Sie werden immer wieder abschweifen. Alltagsangelegenheiten hecheln um Aufmerksamkeit und wir ertappen uns bei Gedanken an Materielle, nicht an spirituelle Dinge. Dann müssen unsere Gedanken so lange immer wieder zurückgebracht werden, bis sich eine Gewohnheit verfestigt hat. So, das ist das auch, was ich immer sage. Das ist wie Training. Das ist wie, du musst auch viele Wiederholungen machen, um einen guten Bizeps aufzubauen. Das geht am Ende des Tages um Wiederholungen. Und das hat so eine so heftige Macht, Freunde. Wirklich jeder, der gerade Depressionen hat oder irgendwie schlecht drauf ist immer und sich... Wirklich an dem schlimmsten Punkt meiner Psyche quasi, habe ich mit mir so geredet wie... Bro, das war traurig. Jetzt im Nachhinein betrachtet, ich habe mich richtig fertig gemacht, Digga. Beleidigt und wirklich über mich selbst gedacht wie ein Stück Scheiße so. Weißt du? Und dann war es nur eine Frage der Zeit, bis ich wirklich ein Stück Scheiße war. So. Jetzt kann ich ein bisschen darüber lachen, aber das hat mich so weit getrieben, dass ich irgendwann ganz ekelhafte Gedanken hatte, so weißt du? Und das dürft ihr nicht zulassen, meine lieben Freunde. Das Selbstgespräch und seine Gedanken zu kontrollieren, das ist so wichtig. Das ist so, 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 so wichtig, weil es werden harte Zeiten in eurem Leben kommen. Jeder hat Tests, so. Jeder wird Tests in seinem Leben bekommen und dann ist die Frage, wie stark bist du, um damit umzugehen, so weißt du? Respeten möglich macht. Es gibt viele Stufen des wahren Gebets. Es gibt das flehendliche Gebet, das lobpreisende und das danksagende Gebet. Es gibt das meditative und das kontemplative Gebet. Die beiden letzteren sind sehr fortgeschrittene Formen. Sie setzen eine fast hundertprozentige Gedankensteuerung voraus. Doch nicht nur in Zeiten des Gebets ist die Gedankensteuerung für die Weiterentwicklung unserer spirituellen Fähigkeiten notwendig. Wir brauchen sie auch für mondäne Dinge. Auch Arbeiten. Das ist die Kunst, so, für mich persönlich. Diese Kontrolle der Gedanken und das bewusste Sein zu übertragen ins normale Leben. Und ich glaube, umso öfter du das halt trainierst, umso öfter du das machst, umso einfacher fällt es dir auch im Alltag dann bewusst zu sein und deine Gedanken und Emotionen zu kontrollieren, so, weißt du? Und das ist das Ziel, Digga, für mich persönlich. Das ist die Challenge, so. Und ich war schon mal an einem Punkt, wo ich gedacht habe, ich bin jetzt da, aber du bist, ich war nicht da. Das habe ich dann selber gemerkt, so, Bruder, du bist noch nicht da. Also, dann kommen irgendwelche Sachen in dein Leben, die halt wirklich so alte Traumas hochholen und du, ja, dann fühlst du dich auf einmal wieder, als ob du wieder auf Null zurück bist, so. Aber darfst du halt nicht aufgeben, so, weißt du? Und du musst weitermachen, musst weiter trainieren. Das ist ein lebenslanges Thema, glaube ich, gerade in der heutigen Welt. Solange du nicht irgendwo im Dschungel lebst oder irgendwo abgeschottet von der Zivilisation und dein Leben noch innerhalb der Matrix quasi lebst, ist das eine konstante Challenge. Gern verrichten können angenehm werden, wenn wir uns die Allgegenwart Gottes vergegenwärtigen. Die Allgegenwart Gottes vergegenwärtigen, fühle ich. Bruder, den Beach fühle ich auch gerade komplett. Gesundheit, danke. Was könnte das denn sein hier? Könnte so Thailand sein, ne? Finde ich. Wenn wir immer wieder nach innen richten, werden wir immer stärker. Es wird uns bewusst, dass wir einen inneren Ratgeber haben. Wir sind nicht alleine. Das Ergebnis von all dem ist, dass unser Charakter besser wird. Der Charakter bleibt. Er kann nie sterben. Wir sind vielleicht nicht religiös oder fromm im landläufigen Sinne, aber wir sind noblere, authentischere und geistig vornehmere Menschen geworden. Das innere oder spirituelle Leben ist etwas sehr Reales. Zwei Menschen mögen spirituell wach sein und den Wunsch verspüren, ein nobleres und höheres Leben zu führen. Dem einen gelingt es, während der andere nach einer Weile in seine frühere Lebensweise zurückfällt. In diesem Fall hat der Erste die Flamme seines inneren Lebens am Brennen gehalten, während sie der Zweite hat ausgehen lassen. Der Erste hat sich dem wahren Gebet gewidmet und seine Gedanken nach oben gelenkt. Der Zweite hat dies nicht getan. Das spirituelle Leben des Zweiten ist dann mangels Nachschub verkümmert. Dann bricht die Versuchung wie ein Sturzbach herein. Das ist crazy, Mann. Das ist ein konstantes Ding. Das ist so wie, ich ziehe den Vergleich immer gerne, weil ich das halt auch hinter mich gebracht habe. Es ist halt wirklich so wie Training, weil da wirst du auch, sobald du damit aufhörst und eine gewisse Zeit nichts mehr tust, es ist ein undankbarer Sport in Anführungszeichen. Ich würde das so nicht bezeichnen, weil ich finde es sehr positiv, dass es so ist. Das heißt halt, du musst konstant daran arbeiten. Bis zum Ende. Und wenn du das nicht tust, dann gehen die Dinge, die du dir erarbeitet hast, auch ganz schnell wieder verloren. Die nicht gefestigte Seele unterliegt. Er gibt auf und verfällt wieder in sein vormaliges Leben. Andrew sagt gerade, ich glaube, wenn ich das erste Mal an so einem Beach stehe, werde ich nicht klarkommen. So war das bei mir, mein Jutscher. Das war hier in Tulum. Deswegen bin ich auch, glaube ich, immer noch hier so. Weil ich da zum ersten Mal das Leben gesehen habe. So, Schwester, ich lag da, das erste Mal am Strand, habe ich ja schon öfter mal gesagt, ich lag auf dem Sand, habe meine Hände in den Sand reingesteckt, so richtig geerdet, Bro. Richtig mich so reingeerdet. Nach oben geguckt, blaues Himmel, blaues Meer. Blauer Himmel, blaues Meer. Und dann ist so ein Pelikan über mich drüber geflogen und habe gesagt, ich bleibe hier. Mega, Digga, ich bleibe hier. Weil er etwas anderes für nicht möglich hält. Das Problem war nicht, dass die Versuchung zu stark war, sondern dass er sich durch die Vernachlässigung des Gebets und seine mangelnde Gedankensteuerung von der unendlichen Macht abgeschnitten hatte. Ja, 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 ja. Versuchung ist nämlich die ganze Zeit da. Die Wichtigkeit, seine Gedanken darin zu schulen, sich von wertlosen Dingen abzukehren und auf erhabene, wahre, schöne und wirklich lohnenswerte Dinge auszurichten, kann nicht oft genug betont werden. Rechtes Denken und Gedankensteuerung lassen sich nicht im Schnellverfahren erlernen. Wir müssen aus kleinen Anfängen hineinwachsen und nach und nach immer stärker und gefestigter werden. Wir müssen also scheinbar bescheiden beginnen. Ich verwende absichtlich das Wort scheinbar, weil es zwar wie eine Kleinigkeit erscheint, Gedanken zu pflegen, die in entgegengesetzte Bahnen von niederen Gedanken und Gefühlen laufen. Das Endergebnis wird jedoch groß sein. Wow, voll schön, die Bilder, ne? Und was er sagt auch. Ja, ja, ich. ...Gedanken des Wohlwollens jemandem gegenüber, der uns übel mitgespielt hat, mögen wie eine Kleinigkeit erscheinen. Ja, 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 ich konnte das nicht. Ich schwöre, ich konnte das früher nicht. Ich konnte nicht wohlwollende Gedanken gegenüber Leuten haben, die mir nichts Gutes wünschen, beziehungsweise schlecht über mich reden. Ich schwöre, ich kann das mittlerweile. Und ich fühle das richtig. Weißt du, wie ich meine? Es ist nicht so, dass ich das heuchle, dass ich so tue, als ob. Aber ich fühle das richtig, Digga. Ich spüre keine... Wenn ich höre von Leuten auch hier im Chat, wenn Leute mir immer schreiben, der reagiert gerade, der redet gerade über dich, über deine Familie oder dies, das, bla bla bla. Oder ich fühle keine negative Energy mehr. Und darüber bin ich extrem glücklich, weißt du, weil das hat mich teilweise in der Vergangenheit ein bisschen schon beschäftigt und auch ein bisschen gefickt, so. Weißt du, wie ich meine? Und wenn du dann irgendwann an den Punkt kommst, wo du einfach fühlst, richtig von ganzem Herzen, dass es dich nicht negativ toucht, so. Und dass du sogar diesen Menschen was Gutes wünschen kannst, selbst wenn die Kamera aus ist, so. Dann bist du, dann bist du echt an einem sehr guten Punkt, sage ich euch ehrlich. Also mir, mir hat es so geholfen, in meinen Frieden und in meine Ruhe, in meine Liebe reinzukommen, dass ich Menschen, die mir jetzt was Schlechtes wollen, zum Beispiel, nicht auch was Schlechtes möchte, so. Weil damit, Digga, ich nehme deren negative Energie quasi und mache die zu was Gutem, was Liebendem, was Positivem, so. Beziehungsweise katte das auch einfach ab, also ich lasse diesen Fluss von negativer Energie in mich hinein von anderen Leuten nicht mehr zu, der ist nicht mehr da. Die Bahn, Nord Stream, das ist wie Nord Stream, Digga, wurde gesprengt. Aber es ist eine gewaltige Sache von ewiger Bedeutung. Falls wir nur den Impulsen der weltlichen Natur nachgeben, bleiben wir auf der Ebene des Tierhaften und richten uns an Sterblichkeit und Verfall aus. Falls wir aber vorsätzlich Gedanken des Wohlwollens pflegen, treten wir in die unendliche Freiheit hinaus. Wir müssen uns ändern. Nicht unsere Umstände. Wir müssen über unsere Umstände und Begrenzungen hinaus wachsen. Nachdem wir diese Veränderung bei uns selbst vollzogen haben, verändern sich auch unsere Umstände und unser Umfeld entsprechend. Wir können charakterlich nur so weit wachsen, wie wir gedanklich gewachsen sind. Geil. Wenn du jetzt... Feier ich komplett. Sehr schönes Video. Danke an den Creator. Auch sehr angenehme Stimme so. Kann man sich echt öfter mal reinziehen von dem Kanal Hörbuchwelt. Liebe geht raus auf jeden Fall. Auch an die ganze YouTube-Community. Ich liebe euch nochmal. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüsschen. Haut's. Na man. Grundsätzlich ist ja auch der geografische Abstand da. Daher ist es leichter. Daher ist es leichter. Das hat eigentlich nie so viel Effekt gehabt bei mir persönlich so. Ja natürlich man ist nicht da und so. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht um dich selbst. Um dein Innenleben. Um das Verständnis von wie Energie funktioniert. Um das Verständnis dafür, wie Leute überhaupt dazu kommen zu hassen und negativ zu sein einem anderen gegenüber und so. Und wenn du das alles mal verstanden hast und dann noch spirituell gereift bist und das einfach verstehst so, dann ist es einfach nicht mehr möglich, dass andere Menschen in dir negative Energie auslösen können. Weil du weißt natürlich auch im Unterbewusstsein, also ich weiß natürlich auch, dass wenn ich es zulasse, dass andere Menschen in mir negative Energie auslösen können, dann lasse ich mich ja von anderen Menschen steuern. Weil du weißt ja nicht, wann du damit konfrontiert wirst so. Du weißt ja nicht, wie viele Leute das gibt und die Videos machen und wann du die entdeckst oder wenn einer reinkommt und das reinschreibt und diese ganzen Sachen so. Du weißt ja nicht, wann das passiert und wenn das dann passiert, dann gehen deine Emotionen, dann lässt du dich von diesen Menschen kontrollieren quasi. Weißt du, was ich meine? Und das ist eine Sache so, das kannst du nicht tun. Brauchst du nicht tun. Niemals. Niemals. Lass das nicht zu. Du musst halt, du musst dich selbst kontrollieren können. Du bist der Einzige, der entscheidet, wie du dich fühlst, wie du dich nicht fühlst, was du denkst oder nicht denkst. Das kannst du alles selbst steuern. So. Lass dich da von niemanden zu bringen. Weißt du? Lass dich das nicht so, wie du dich fühlst, wie du dich fühlst, wie du dich fühlst, wie du dich fühlst. Vielen Dank.